So, Leute, herzlich willkommen zur zweiten Runde Aram am heutigen Tage und diesmal ist nicht nur der Nick dabei, sondern auch wieder der Hopfi, der jetzt auch fertig ist mit Nappelnd. Nappelnd. Was ist das, Hopfi? Warum musst du essen? Ja, weil es lecker und so. Nein, du bist kein richtiger Zocker. Zocker können auch ohne Essen überleben. Nein, ich brauch Fleisch. Merkst du, Fleisch? Fleisch. Kannst Kartus essen. Der hat kein Fleisch. Ich nicht esse, aber gut. Der hat einen lecker, lecker Umhang. So, diesmal hab ich Checks bekommen. Und ich hier kann rennen. Ich hab den K6. K6. Sie rennen sie einfach mit meinem Pony alle über den Haufen. Oh, wir haben sogar einen Phantom Kartus. Oh. Sie brauchen nicht alle Zerger. Ja, der war ja mal nur für kurze Zeit available. Ich sollte jetzt, also eigentlich, wenn mein Internet nicht so schlecht wäre, würde ich jetzt My Little Pony Musik anmachen. Aber leider kann ich das nicht, mein Internet ist so schlecht. Kennt einer zufällig von euch denn Silve H.D. Bild noch auswendig? Ne. Schade. Ich kenn den Anfang, aber das Ende kenn ich nicht mehr. Egal. Schaffst du schon. Ja, ich spiel jetzt muss mit dem Speedtaker rum. Ihr habt jetzt leider keine, keine, keine Vogue und keine Lulu dabei. Jetzt sollt ihr Trollen Horsen machen. Trollen Horsen, genau. So, checks, okay, ähm. Super liegen, okay. Ich glaub, ich... Machen wir doch mal so. Ja, das mal besser. Battle-Cards, fällt mir jetzt erst ein. Battle-Cards-Show-Gest, wie kann man nur? Ja, Gentleman-Show-Gest hat einfach viel mehr Style. Ich bringe euch die Fragbarkeit. Oli, musstest du dich jetzt vor allem zeigen? Na, also Oli. Ja, also Oli. Ne, 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 ist noch keiner von euch in Sicht weggekommen. Von uns. Ach so. Ich stehe noch von keinem ist Equip bei euch, deswegen. Mir entfällt es gerade, nicht entfällt, missfällt es gerade, dass einer in dieser Konfi in meinem Gegnerteam ist. Kannst du mal sehen. Ja, ganz neue Spielmöglichkeiten. Ja, ne. Wo zur Hölle seid ihr bitte? Wir stehen am Trauer und freuen uns. Alter, der Quasi-Cast beim Schock hat halt einen geilen Dance. Der haut erstmal die Boxen an. Ja, ich weiß, der Dance ist geil, aber der Gentleman hat einfach viel mehr Style. Das ist doch Gentleman. Das ist doch ein Gentleman. Ich sollte jetzt eigentlich AP hier rumspielen, warum hat mir das keiner gesagt? Gott! Das sind die... Bombs of Doom hab ich gehört. Mhm, hab ich auch gehört. Hey, Gartus BAM den Scheiß einfach. Ich glaube, der hat die Srene geholt. Dann kann er das noch machen. BAM! 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 Gartus BAM! Gartus BAM! Gartus BAM! Gartus BAM! BAM! Ich bin neu, oben die BAM mit dem Leben. Gartus BAM! In Rot Re сотuz. Doppel Down for Double Success. Gartus BAM! Ich weiß nur nicht mehr, woher kommt das? Ich weiß zu welch steht, aber vielleicht ein Video. hier um mehr kohle bruce bruce ob er so vor ob aufsatz bei der karte oder die angesprochen quasi sauber aber dann nur so leute ich meine ultimate da war der hingestellte oder so Einfach gesagt, Sivir ist Sivir. Kann sein, dass Sivir auf dem Sivir ist mit Varus auf der Map ultra stark. Habt ihr auch noch einen Varus oder hab ich was verpasst? Nein, Varus haben wir nicht. Aber fällt mir grad so auf. Toll, das stehen fünf von ich hier vorbei. Nächster Versuch. Ich hab Goku getroffen. Eins. Oh. Bam! Gut, die Chiyo backt sich ein bisschen zu weit raus, aber er fängt ja auch erst an den Rollen. Ich find wer hat Chiyo? Chiyo spielt Gang wie Blank. Boah! Nein, ich bin tot. Das war Pro. Cut, Cut, Oli. Und das ist doch nicht tot. Oder doch? Nein, ich bin umgedreht. Warum hab ich das getan? Nein, na, na. Not even closed. Na la la la. Double luck for double success. Double luck for double success. Double luck for double success. Ich hab's ne eins im Englischen und weiß das nicht, ist schon peinlich. Egal. Und das Oli. Endlich, ich hab mein Ultimate. Jetzt könnt ihr mich mal. Ich bin erst der Würfel, ich wollt grad nur, nur erst hinten, das ist ja grad kein Video. Und das? Meins. Numb. Ultimate Wasting! Ultimate Wasting? Ich weiß ja, Gott von mir. Sofie! Kotz! Oh, nö, nicht schön, schön schön. Aua, 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 aua. Das Kartus, äh, das Kartus. Ah, Kartus ist irgendwie auf dem, jetzt hatten wir grad eben schon einen Kartus. Da, da. Sofie! Sofie! Aber, okay, 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 mal ein mal ein, mein cooleseserland. Sofie! Eine gute Idee, ich bin na, mein klar, mein, die, die, die ... Mach ja mal ein und ich, ja, mein, nicht, ich bin na, meine ... auch gott auch auf um er hat nach der wachlosen hat ein paar Klaus dann haben wir zusammen freuen wir schon drauf geredet ich habe gehört nur noch zu und übrigens zweiter Todesfee ich bin Kaffee mehr Kaffee, ist schlecht. Das bedeutet, dass ich dich jetzt leider töten muss. Oh fuck, auf fuck! Komm her! Ha! Fanko! Let's be close with me. Shut down. Ekarim ist schon witzig. Ekarim macht Spaß. Ja, ich mag die Ultimate, die ist echt geil. Ja, ich find's jetzt zu hohe Cooldown. Die Mord für Ulti hat nicht so hohe. 140 Sekunden auf Level 3. Auf Level 3. In der Reihe sind's glaub ich 120. Oder 80 oder wie nicht. Wobei 80 geht noch. Boah, Alistair, der hat gedacht, ich geh mal gegen 5 rein. Was, Alistair? Ich hab's nicht nur gedacht, ich hab's auch noch gemacht. Und bin dran verreckt. Verdammt. Fuck you fies! Äh, lol! Fear the Void! Ach so, stimmt, Kassix ist ja ein Void-Champ. Mhm. Ja. Mein Lieblings-Void-Champ ist immer noch, äh, Malzahar. Der hat einfach Style, der Champ. Das ist auch Malzahar. Ja, Malzahar. Weil er den Hammer tanzt. Na, Team Close, Baby! Oh, ha! Jedes Mal, wenn ich reinspringen, kommt der Hackerheim eingerannt und bumst mich weg. Haha. Bist du eine echte Kumpel. Jaja. Dann spiel ich den Marker 6. Komm schon. Oder gegen Hackerheim. Ja, ne, Hackerheim sieht man auch nicht so oft, sag ich mal in Normals. Leider halt nicht. So, Dennis überhaupt schon mal gestorben? Ja, immer. Und ich werd ihn jetzt nochmal zum Sterben bringen. Mach das. Ach, oder auch nicht. Ja, mach das, was äh. Ich werd's aber nicht. Und ich werd's. Bist du werfen? Ja, da war Mumu weg. Oh Gott, ich hab gedacht Ja, ne. Haha, ja ne. Ja, nee. Na, 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 na. Nein! Hätt er klappen können? Ja, hätte klappen können. Der dauert noch 6 AP, Digga. Ne, jetzt weiß. Das ist jetzt doof. Warum habt ihr das gemacht? Oh, das Gangplank-Ulti, eh. Das Gangplank-Ulti. Also den Tower hättet ihr mir jetzt echt noch geben können. Dann hätt ich jetzt vielleicht schon mal meinen Shoraleas. Aber ne. Nein. Shoraleas Träumerei, damit ich dir einen Angriff geben kann, du Sau. Mh. Komm her, Ophi. Nunu, Schaden OP. So, Nunu, ne? Bam. Oh, stimmt. Oh. Oli, gib doch einfach den Tower den letzten Hit. Oh. Der Tower hat schon geklappt. Noch nicht mehr los. Ihr seid ja drauf, ey. Schlecht. Ich mein, ihr habt noch ein bisschen viele Kills wie wir, das geht schon. Taste the Fear Isolated. Aha, 406. Schlecht, Hupfi. Was ist was? Dein Taste the Fear hat mir am meisten Schaden gemacht. Schlecht. Der weißt du, der K... Äh, der... Nunu hat's raus. Fuck you, Kardus. You can't do this. You can't do this. With our magic resistance. You can't do shit. Das ist also Nunu richtig. Ich mach mal. Schalke runter. Weg. Los. Will noch einer? Will noch einer? Will noch einer hab ich gefragt. Ach komm schon, Oli. Och nö, nicht schon wieder. Einiges Damage. Weg mich. Nein, nicht du. Es geht mir immer um den Schocker, weil der kommt immer und gilt nicht. Das ist, das ist Schockerz, äh, äh, München. Das, dass du den Killgrad genommen hast, das war notwendig, weil ich wär da eh nicht mehr reingegangen. Der hat, der macht ein bisschen Schau. Schocker. Hau ab. Das ist auch schöner Stöße auch Schocki, der macht Schau. So. Hi. Oh, 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 oh ja, der macht Schaden, der macht Schaden, der macht Schaden. Ist er auch, ja, ja. Null, null AP Schockerz also. Ne, nicht Schockerz, äh, Tristana. Stell dir mal vor uns über den AP spielen, dann wärst du tot. Ja, das stimmt. Was hast du denn? Du warst in der Range und mein Crew Wies hat das nicht gezogen? Sag mir das! Du warst in der Range drin! Ich bin zu cool dafür, weißt du? Da spielst du gedacht, nee, dich bring ich nicht um Das spielt Hecarim Hecarim Pony Hecarim löst Ja, Hecarim Oh, ich denke, die Tower, ist nicht cool Nee, ich bin nicht Hecarim Du bist Hecarim Hecarim Oh Gott, wieso macht ihr die Tower nicht kaputt? Ist ja gut Ich bin extra stehen geblieben Tower ist doch kaputt, mach doch einen Ruhigen Bam Hau ab da hin Oder auch nicht Diesmal nicht Weißt du, wäre rein theoretisch Mathematik Wenn die Sevilla jetzt bei mir gestanden wäre Dann wäre ich nicht isolated gewesen Und dann hätte das weniger Schaden gemacht Und dann würden wir beide drauf gehen Aber es wäre nicht isolated gewesen Schade Weiß ich Na dann Mein Kaffee weiß das auch Warte ich sicher nicht gerade noch lowlife oder hab ich mich verguckt? Heelpack OP Hat die Leistung? Nee Äh, Flash, wer hat da geflasht? Weiß nicht Wer hat überhaupt Flash? Da hat keiner Flash Doch Stunner Äh, Alistar hat auch Flash Echt? Fick dich Hör doch auf damit Fick dich 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 Ich kann nicht sterben Ich kann nicht sterben Ach, ich mag die Hekerum Stimme Wird getrollt, ey Ich hab gehört, ihr dominiert das ganz klar Alter Alter, da kommt schon der Hekerum Stimme Oh, der hat Stacheln, der hat Stacheln Ich kann nicht sagen, dass ich clever gesagt habe, dann ist er gestorben Clever Er wollte sagen, clever creatures Nunu, was soll das? Steht Good job We're gonna lose this shit We're gonna lose We're gonna lose We're gonna lose this shit Das ist schön, dass du ein Pony bist What the fuck was ist das? Executen, ey Executen für den Arsch Ich mag Executen nicht auf der Nacht, das ist schwul Gott, was baue ich da für eine Scheiße Richtig, Movement, wie Teckerum Ne, nicht ganz Na, verdammt, ich hab Mercboots gekauft Na, verdammt, ich hab Mercboots gekauft Na, das war nicht so früh Ein Olli Geh weg! Haust du ab! Haust du ab, Hugo! Haust du ab! Oh Gott! Oh Gott! Ich hab gedrückt die Maustaste, es hat nicht gezogen Scheiß Maul ist fick dich Was solltest du machen? Ich wollte meine Starre hinschießen, die waren die ganze Zeit ready Ich hab die ganze Zeit geklickt, das hat nicht funktioniert Ja, lol Hast du uns alle Wie mich Mit Anivia im Ranked Die Story muss ich euch auch mal erzählen Also den Leuten auf YouTube Und zwar hab ich Ranked mit Anivia gemacht Und war... Das Spiel hat erst begonnen, ich glaube so 5 Minuten oder so Und ich war noch nicht tot, also es kam dann zum Teamfight Und ich wurde besiegt, aber mein Ei wurde nicht aktiviert Einfach so Scheiß auf das Ei, braucht kein Mensch Ich fand's ein bisschen doof, weil ich meine Ranked ist es dann nicht so toll, ne? Im Normal hätte mich das jetzt nicht so unbedingt gestört, aber in einem Ranked, äh, ja Ja, das kann ich mir vorstellen Oh Noll Im Flug umgebracht So, jetzt spieg ich nur mit Speedhack Gott Dead Kartus Ja Der muss, der muss, der musste wirklich sein jetzt, ne? Es ist verboten, Digga, würden wir uns nicht, sag mal was Dead Kartus Dead Kartus Chasing Kartus Oli, du musst jetzt einfach nur mal gekonnt reinspringen Äh, lol Wie sollst du jetzt keinen Schaden gekriegt? Jacks dodge den Base Tower? Was zum Teufel Das wusste ich bis jetzt echt noch nicht Gut, jetzt wisst du es Das ist doch... Okay, das ist minimal OP Scheiß, obwohl ihr Jacks bekommt nicht kein... Jacks bekommt nicht nur wenig Schaden, sondern überhaupt keinen Äh, äh, äh Okay Ja Lässt du mal was zeigen? Was denn? Äh, äh Äh Ja, ist schon okay, willkommen Na gut, das ist GG Oli, staubt meinen wunderschönen Killer Jop, das ist es Schönes Match Schönes Match, ja Und wie ihr seht, die Checks ist wirklich OP wie Sau Oh, ja Was doch gar nicht geleistet, das war ne Sägerie So, dann... Danke für's Zusehen und bis zum nächsten Mal Ciao Tschüss